Der ist zuge, Alter. Ja, wohl, Daniel, ich dachte mir, ich mag ihn des Kopf. Geh hoch. Der hat so eine Durchstellung gemacht. Der ist hole für mich. Holy shit, man. Headshot, baby. Wuhu. Ich frage mich eh, wie viele Hände der Typ hat. Er bedient eine Shotgun, repetiert und muss gleichzeitig noch ein Fenster reparieren. Ja, Skills. Ich war schon am Sommer gemacht, wenn ich die anatomischen Tüße habe. Nein, er macht es mit Wi-Fi. Der ist auf Wi-Fi. Ich habe die schlimmste Waffen erwischt. Ah, ein Sacker. Viel schlimmer. Springfield. Oh, stimmt. Blinkt ist schlimmer. Ray, Gun, Ray, Gun, Ray, Gun. Oh, STG-4 auf jetzt. Nice. Hey, fuck. Du bist nicht so schlimm. Oh. Blanky down, Blanky down. Ja, der hat mich vorher mit den Medern gebrochen lassen. Geh überhaupt nicht. Oh, sie kommen von oben. Sie kommen runter. Ich habe die Hilfe gebrochen. Ja, ich wäre hier ehrlich gesagt, dann soll ich auch mit Schroder aus. Oh Gott, hier unten sind wohl viele. Ja, gut. Wir werden jetzt aber da oben, oder? Dankeschön. Warte, ich kann ihn nicht reviewen. Ich hoffe, es kommt kein Zombie. Ich hoffe, es kommt kein Zombie. Komm hoch. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Fuck. Bombe. Oh, zum Glück habe ich die Bombe jetzt gefunden. Leute, alle jetzt hoch. Wir bleiben jetzt nicht mehr unten. Wir bleiben gleich unter der Barme hineinkommen. Brems. Wir bleiben... Gehen wir alle runter in den Kistenraum, oder bleiben wir alle oben? Ja, super, was da oben ist. Das tut uns, dann kommt der halt los, wenn ich so gescheire Höhen. Anstatt, dass sie nacheinander kommen. Ja, gut, dann gehen wir runter in den Kistenraum, verschanzen uns da jetzt. Oh, toll. Ohne MGS können wir uns die Steck verschanzen. Dann geh in die Kiste. So, dich hätte ich vergessen, oder? Immer nehmen. Ich nehme doch gar nichts. Ich weiß, dass wir uns stehen, wenn wir fliehen, sind wir nicht. Ja, dann kann ich aber nicht in die Kiste. Ich helfe dir mal hier oben. Ich schoss das unten, ich schoss das unten. Ja. Macht's hier oben. Granate! Da, die nach. Ah, schön mit der Nate. Ich geh meine Kiste. Da hinten, leider mag ich gar nicht. Mg, Mg, Mg. Browning. Romy, Mg, Mg. Ich habe eine Botte, um mich. Ich habe eine Botte, um mich. Ich habe eine Botte, um mich. Ja, ja. Ich muss nachladen. Decks, mich Achtung. Blanky und Osinato. Hint er euch. So. Geht weiter. Oh. Was hast du? Oh, Panzerschreck. Feuer. Das ist ein Fenster wirklich voll viel, ey. Ich hole einen normalen Karabell. Ich bin ein bisschen aufgelist. Hahaha. Flanke, hinter dir. Juhu. Oh. Was hast du? Raygun? Oh. Flammenwerfer. Jetzt wirf Flams. Halt auf den Boden damit. Auf den Boden. Den Boden anzünden damit. Ja, toll. An der Tür hier. Guck, ich muss selber alle dran. Ne, wenn du den Boden davor, der bei der Tür nur anfackelt. So, fackelt nur die Zombies auf. Jetzt Panzerschreck, Alter. Ich brauche auch andere Waffen in Flamethrower. Reißen nichts mehr, ob da 9 Stilten ranken. Ne, Flamethrower ist generell schwach. Das wundert mich eigentlich. Eigentlich müsste der voll gut sein. Juhu. Was hast du? Ah, Magnum. Yes. Ich geh mal kurz runter. Die Dresden haben wir auch nicht zu forschen. Der wird nichts sagen. Ne, Cops sind so weiter weg. Ja, am Cops sind so weiter weg. Komm, Ray, 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 Ray. Jawohl, Raygun. Raygun ist echt ineffizient. Das ist einer der geilsten. Das ist die beste Waffe in dem Spiel. Jo, klar, halt überhaupt nicht. Doch, am Kopf. Mit der Raygun musst du an einem Boden schülen. Oder am Kopf. Danke, geht an. Du nirgends, hörst du nicht. Okay. Nur ein Stück zurückflutsch, ey. Stört halt. Oh, instakill. Ich geh vor. Bessert, Leute, instakill. Und du hast Bomben. Und Bomben, nein. Ich muss ja nur nuken, gerne. Machst du nur für mich. Yes. Browning. Nice. Oh, Zombie und ich lacht nach. Zombie Explosion. Ich glaube, die haben mir Insta an. Insta ist out. Nein, Robb, du hattest ja. Oh. Dankeschön. Ach, ich glaube, die kommen unten, die Tür. Oh, die Tür. Oh, fuck ey. Doktor, manzüge braucht. Die KM ist schon immer noch nicht, wie in der unanzieher aussen. Ich habe so ein Glück mit der Kiste die auch schon lang nicht mehr. Erst MG und dann Kai Reagon. Alter, stirbt nicht. Warte, wir blanke ihn. Okay. Schade, dass es kein Ray MG gibt. Das wäre doch richtig geil. Können wir auch mal das wunderbar abstellen. Ja, die gibt es aber nur in den neuen Karten. Nein, gibt es nur in Box. Die gibt es auf den neuen, die gibt es auf Riese auch. Ja. Wo hast du die Kiste? Ach so, jetzt sagst du jetzt ganz schön jetzt, Zombie. Wir sind fast nur Flanky. Fuck, hinter dir. Oh, mir eher. Religan und Magnum. Nice. Das ist auch eine gute Kombination. Oh, sweet loader. Ich bin da immer noch eine Sniper. Was machst du mit der? Geil, da sind Eimer. Ich bin liegt in der Eimer drin. Das ist mein Shitbucket. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Oh, Zombie drehen hinten. Tralalalalala Raygun. 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 Artenbeschleuniger. Mops Geschwindigkeit! Ich steh auf mein Reload nur hier. Ich brauch auch nur mit der Störfeiermob! Das ist ja mies! Zombie. 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 Zahnwee. Zahnwee. Zahnbee. Und mir gar nicht. Legs bei dir Hartmann! Blanky, bei dir? Arne, Tenatbox, verschwinde! Go, hallo, hier hat der Boom, wegschockt! Ich bin mir drin. Ihr habt mit 1 und einer Raygun? Ich. Ich auch. Ich nicht. Oh, was hast du, Astin? Hast du auch schon einen Raygun? Jo. Habt mit 1 und einer Raygun. Aber dafür mit Browning. Okay, wir haben alle Zombies los und sind nicht da. Geh nochmal an, das Ding. Scheiße, brauchen wir Max Abmolik. Ich hab nicht mehr so viele Schuss-Betroaker. Ja, wenn sie so nicht so wahnsinnig auf die Zombies heimbar sind, dann machen wir das nicht gleich weg. Achso, Double Points! Jetzt kommt wieder keine Zombies, ey. Instacill. Ja, toll. Boogs, natürlich auch. Alter, der rennt. Der schaut mich an, aber er rennt runter, ey. Double Pointed Instacill ist echt geil. Ich frage mich, dass du fließt, dann auch ein Raygun. Ich brauche mich zuerst in einem Mager-Attacken. Du kannst aber mit MG durchheizen. Und mit der ganzen Armee nieder. So, vielleicht nicht so effizienter. Hier gehen wir mal Würfel und Mager nicht schwach. Ich bin richtig, Chef. Insta vorbei, ich lade nochmal nach. Ich danke, ich hoffe, du kannst es mal alleine halten. Achtung, an der anderen Seite kommt einer. Er fließt, naja, ich bin da. Dankeschön. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Hast du mit der Waffe? Ich bin bereit. Achso, die hat so komisch ausgeschaut von der Entfernung. Hinter dir. Also, ich habe jetzt weggefallen. Ja, komm, wenn ich gut hätte es aussehen. Aha. Mach mal die eine Fenster dazu. Mach mal die eine Fenster dazu näher. So, du wirst schau'n bist. Das sind Kriechen. Nice. So, der 10 Charges. Schau mal. Rechts. Oh, MG-240. Unser MG-Johnny. Rambo. Lieber der Rambo. Du hast keine zwei MG, du bist Pistol Pete. Ja, du hast doch gerade zwei Pistolen gehabt. Pistol Pete. Deshalb, wenn Max Ammo ist, bitte sofort aufheben. Richtig. Nö. Scheiß Zombie. Zahnweh. 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 Weh, weh. Alter, der einmal ist weg, lol. Du warst mal eine gute Idee, so verdammtisch. Du bist so klein. Der Kettchen gedötet, immer noch zu klein. Da, nicht besser erst zu klein. Da, nicht besser erst zu klein. Da, nicht besser erst zu klein. Doppel. Doppel. Blenken hat jetzt gerade schön weggeknallt. Ah, toll, Doppelpoint, man nachladen. oh 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 what the fuck was hilft ich? go boost... fחf.. NAGEL 있나етeau NEIN gehrt man nur eine kleine, schreckssekunde fare alter du überlebt das? hau ufen blackcie down Motors brauche zu controlle Grab ich verteidige sein zwei Nehme! Und lauf zurück! Und lauf zurück! Springfield! Faszinatisch wäre gar kein Glück Ja recht, wirklich Achtung, Ostinatux sind die hier! Ich hab's gewirkt! Die treffen nicht! Ostinatux! Deck mich! Steh! 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 Alter, ich glaub ich hab schon so viele Leute refuted Mann, da kommt wieder Max Amway! Sterb doch! Boah! Die! Oh! Das war so geile Messerattacke Springfield, das Second Handraken kann ich nichts anfangen Passinatux Ich hab's gewirkt! Scheiße! Bei mir wird's Ammo knapp! Browning! Mit dem Flammenwerfer kann ich oben nichts anfangen Browning, ein Magazin Im G42 voll Flammenwerfer voll Browning, Nummer die Hälfte der Munition Raygun Nummer 22, Flussreserve Und das Magazin Und das Magazin Nicht verwendet! Nur draußen! Krass! New! Sucht nach Doppelpo... Sucht nach Muni Es gibt kein Muni, schade Ach, die Muni wird mal knapp! Das ist doof Eventuell müssen wir dann abklatschen Das ist mit einem, der unten ist Ich muss dort schnell küsse und hoffen, dass ich Raygun krieg Nochmal Oh, Zombie drin Alter, ich bref mich bald Schuss mit dem Raygun Oh, oh! Wir könnten hier oben Hilfen gebrauchen! Wir werden überrannt! Oh, oh! Wir könnten hier oben Hilfen gebrauchen! Wir werden überrannt! Oh, nee! Yes! Wir werden überrannt!